Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Strafen. Es kommt sehr oft vor, dass die Bestrafung von Straftätern von vielen, auch von Opfern und deren Angehörigen, als ungerecht empfunden werden. In dem Sinne bin ich überzeugt, dass die Strafgesetze verschärft werden müssen. In diesem Video will ich an einigen Beispielen verdeutlichen, wie die Strafgesetze gerechter strukturiert werden müssten, um das subjektive Empfinden der Ungerechtigkeit vorzubeugen. Als erstes sollte der Bestrafung auch eine Entschädigung für die Opfer oder im Fall von Mord für die Hinterbliebenen hinzugefügt bzw. in den Vordergrund gestellt werden. Die Strafe obliegt der Schuldfähigkeit. Wer aber einen Schaden verursacht, egal ob schuldfähig oder nicht, sollte zumindest den Schaden ausgleichen müssen. Bei einem Diebstahl, Betrug oder einer Sachbeschädigung ist das Festlegen der Entschädigung und der Strafe vermutlich am einfachsten. Wenn jemand schuldfähig ist, so ist das Doppelte des entstandenen Schadens an das Opfer zu zahlen und derselbe Betrag nochmal als Strafe in die Staatskasse. Ist jemand zum Tatzeitpunkt schuldunfähig, so ist nur der entstandene Schaden an das Opfer zu zahlen. Egal wie geringfügig jedoch ein entstandener Schaden ist, es sind immer mindestens 500 Euro Entschädigung zu leisten. Sollte jemand ins Gefängnis müssen, so ist dennoch die Entschädigungsleistung an das Opfer zu leisten. Zusätzlich alle Kosten, die für den Gefängnisaufenthalt anfallen. Jedwede Bewährungen oder vorzeitige Haftentlassungen sollte es nicht mehr geben. In Haft hat der Straftäter für die Zahlung der Entschädigungsleistung und der Gefängnisgebühren entsprechend Arbeit zu leisten. Jeder Geldstrafe ist direkt auch, sollte die Entschädigungs- oder Strafzahlung nicht gezahlt werden, eine Ersatzfreiheitsstrafe festzulegen. Bei Steuerhinterziehung, Steuervermeidung oder Steuerverschwendung ist der Geschädigte im Grunde jeder Bürger, vertreten durch den Staat. Somit ist neben dem doppelten Geldbetrag auch der doppelte Wert als Strafe zu zahlen. Einfache und nicht doppelte Entschädigungsleistung bei Schuldunfähigkeit. Im Falle der Geldfälschung ist jeder gefälschte Euro als echtes Geld für den Entschädigungsausgleich zu zahlen. Strafe wie gehabt. Strafen müssen aber auch wehtun. Wenn jemand mit seinem Handy einen Unfall filmt, muss diese Person die doppelten Kosten für den Unfall als Strafe zahlen und ebenfalls dieselbe Summe an die Unfallbeteiligten. Ferner sollte dieser Person für zwei Jahre die Nutzung des Smartphones untersagt werden. Erweitert wird es, wenn die Rettungsaktion gefilmt wird. Dann hat der aufnehmende Täter auch die doppelten Kosten für den Rettungseinsatz als Entschädigungsleistung zu zahlen. Wie immer denselben Betrag als Strafe. Wenn es bisher auch schwerpunktmäßig auf Entschädigungsleistungen und Geldstrafen ausgelegt ist und die Gefängnisstrafe nur als Option der Nichterfüllung, so muss in besonders schwierigen Fällen selbstverständlich auch die Freiheitsstrafe als Schutz vor Opfern und Bevölkerung in Betracht gezogen werden. Wie bereits eingangs erwähnt, sollte jemand ins Gefängnis müssen, so ist dennoch die Entschädigungsleistung an das Opfer zu zahlen. Zusätzlich alle Kosten, die für den Gefängnisaufenthalt anfallen. Bei einer Körperverletzung, einem sexuellen Missbrauch, einer Vergewaltigung, einer Kinderschändung oder jedweder Angriffe auf einen Körper, sollte der Täter neben einer Gefängnisstrafe, die je nach Schaden entsprechend zwischen zwei und zehn Jahre sein sollte, auch eine lebenslange Entschädigung für das Opfer zahlen müssen. Die Entschädigung sollte bei monatlicher Zahlung die Hälfte eines durchschnittlichen Gehaltes entsprechen. Die monatlichen Zahlungen enden mit dem natürlichen Lebensende eines Beteiligten. Der Versuch einer Straftat, egal welche Art, ist genauso zu bestrafen wie eine gelungene Tat. Bei einem Mord, einem Totschlag oder jedweder Tötung eines Menschen ist neben der dafür vorgesehenen Freiheitsstrafe, welche niemals auf Bewährung ausgesetzt werden darf oder vorzeitig die Haft verkürzen kann, sind die Hinterbliebenen zu entschädigen. Hier kommt es auf das Alter des Opfers, das Einkommen des Opfers und die durchschnittliche Lebenserwartung an. Der Schadenausgleich an die Hinterbliebenen sollte das Doppelte des Einkommens zum Todeszeitpunkt über den Rest der verbleibenden Lebenserwartung sein. Das will ich hier an einem Beispiel verdeutlichen. Ist ein Opfer 30 Jahre alt und die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 85 Jahren und das Opfer hatte ein Einkommen von 2.000 Euro netto, dann wäre die Strafe 4.000 Euro mal 660 Monate Restlebenszeit, was eine Entschädigung an die Hinterbliebenen von 2.640.000 Euro bedeuten würde. Ich kann selbstverständlich in einem Video nicht das gesamte Strafgesetzbuch durcharbeiten. Die Beispiele zeigen aber, wie sich Gesetze und vor allem Strafen orientieren sollten. In dem Sinne will ich verdeutlichen, dass ich gegen die Todesstrafe bin. Ein toter Täter ist erlöst und nicht bestraft. Die lebenslange Entschädigungszahlung wäre eine viel größere Strafe als eine Beendigung des Lebens eines Straftäters. Ich bin der Ansicht, dass unsere Strafgesetze fairer empfunden werden, wenn mehr auf das Opfer und weniger auf den Täter geachtet würde. Dafür stehen die Entschädigungszahlungen. Kulturelle Rabatte bei Migranten darf es nicht geben. Vielmehr sollten Straftaten von Migranten immer mit einer Abschiebung nach der bezahlten Entschädigungsleistung und Strafe verbunden sein. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg. Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.